Musik Hier, das war die erste Scheiße. Auf den Platz hoch, links, rechts. Alter, jetzt geht das runter. Du kannst das Handy nicht aufhalten. Musik Viel Schaaf. Das war die Scheiße. 2 Liter Guck dir hier schon so schnell die Kuchen merken jetzt. Fährst du jetzt auf Sport Plus rein oder fährst du jetzt? Fährst du rein auf Sport? Wollte ich ja sagen. Es geht so heftig ab. Hier war jetzt anzuschalten, ja. Sofort muss man da. Was war hier hinterher? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall so ein lang gezogenes Rechts kommt. Abkommt jetzt durchgebläst. Jetzt kommt der länger gezogen. Ja. Kommt erstmal in Waage an. Der leicht sich mit, ne? Okay, ich gucke. Ja. Ups. Weiter. Schöngart. Touchiert, oh. Ich weiß nicht, ich gucke. Ich gucke. Oh, der leicht sich nicht rein. Ja, aber... Ja, aber... Boah. Der saugt die richtig an. Jetzt mal rein. Richtig. Lass mal sagen, für eine 2 Tonnen Auto geht der gut ab. Lass mal sagen, für eine 2 Tonnen Auto geht der ganz gut, ne? Ja, aber ehrlich, nicht schlecht, ne? Der Schilder ist sehr gut. Die Geekkräfte wirken halt. Ja, ja. Ich hoffe, ich bin der Park an. Ich hoffe, ich ziehe. Boah. Guck mal, der Peller geht aber auch nicht ganz gut so weg. Nee. Für den M3 geht der nicht so weg. So, jetzt... Jetzt kommt eine Schafe. Ja. 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 Überschön. Boah. Das war ein ganz guter Intellekt, ja. Ja, du bist ja schade. Jetzt kommt man Logik durchziehen, ne? Da kommt es zu... Nein, ich bin schärfer. Na tatsache. Jetzt kommt eine Lange gerade. Die ist nicht schlimm, wenn du hier so rüberfährst. Hä? Wenn du rüberfährst, ist das so schlimm. Das sind so Idioten, Alter. In so eine Kugel so rein zu übertragen. Vielleicht wusstet ihr das gar nicht, dass das so schlimm ist. Das hat alles gegeben. Ja. Ich könnte Rennfahrer werden, ja. Ich schwöre dir das. Wahrscheinlich. Ich glaube nie Zeit, weißt du nicht. Ich komme nicht so gut drauf. Oh, da ist einer mitgenommen. Der Golf. Hast du gesehen? Ja. 13. Der Golf. Der Golf. Oh, leck mich am Arsch. Boah. Was war das denn jetzt? Der war ja auch nicht richtig. Der Golf. Zieht jetzt links. Dann kommt die Komische und bergab runter. Links, links. Dann kommt wieder links und dann rechts. Die Löwen. Zieht jetzt mal, dass er dann rauskriegt. Ja. Andersrum ist leichter. Trägt die richtig raus. Wow. Oh oh, ho, 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 ho. Es ist nicht schlecht, wie das denn. Das ist ein bisschen Kuba da. Jetzt war das hier. Wir müssen hier weiter klicken. Die Gedeutung. Oh, eyla! Oh! Oh! Ich habe gesteckt. Höhl'se gesehen haben. Ich habe gelegt. Ich habe gelegt. Was die Kuba? Was das ist? Nein. Jetzt auf der Fahrt Jetzt auf der Fahrt 20 km Boah, ich bin nass gewandet, Alter! Ja. Feiert, ne? Ja, ja. Es war ja recht. Guck mal, Reisebus. Elf Minuten. Haben wir geschafft. Die zweite Mal im Leben fahren. Elf Minuten. Ganz witzig.